Hallo, mein Name ist Susanna Bender. Ich kümmere mich bei Rotenberger um unsere Handwerkzeuge. Heute möchte ich euch unsere Elektrozangen zeigen. Diese seht ihr hier. All unsere Zangen sind bis 1000 Volt geprüft und jede einzelne wurde bis 10.000 Volt getestet. Das bedeutet, ihr könnt auch an elektronischen Bauteilen ohne Risiko arbeiten. Schauen wir uns die Zangen im Detail an. Beginnen wir mit den Seitenschneidern. Das ist unser Kraftseitenschneider und das ist unser Standardseitenschneider. Die Klingen der Seitenschneider sind induktionsgehärtet. Das bedeutet, ihr benötigt weniger Kraft beim Schneiden und sie nutzen sich weniger ab. Mit dem Standardseitenschneider könnt ihr weichen bis harten Draht oder auch Kabel schneiden. Die Schneide hat ein Profil, damit das Kabel nicht aus der Klinge rausrutscht beim Schneiden. Mit der Spitze der Klinge ist es möglich, auch in engen Räumen kleine Drähte präzise schneiden zu können. Wenn ihr dann doch einmal harte Drähte oder Nägel schneiden möchtet, eignet sich unser Kraftseitenschneider ideal dafür. Durch die optimale Hebelübersetzung lässt sich auch harter Draht bis 2,5 Millimeter schneiden. Als nächstes zeige ich euch unsere Kombizange. In der Kombizange ist ein Ringschlüssel integriert zum Anziehen oder Lösen von Schrauben der Größe M6 bis M8. Außerdem ist in der Spitze eine Einkerbung, um Draht leicht zu biegen. Die induktiv gehärtete Schneide kann Drähte und Kabel leicht abzwicken und mit der asymmetrischen Greiffunktion kann Rund- und Flachmaterial gut gegriffen werden. Die treppenförmige Struktur an der Klinge ist besonders praktisch, wenn ihr die Zange aus der Hosentasche hervorziehen wollt, da ihr dann nicht abrutscht. Eine weitere Zange mit mehreren Funktionen ist unsere Multi-Abisolierzange. Wie ihr seht, ohne Verstellschraube. Das spart euch Zeit, denn ihr müsst die Schraube nicht einstellen. Mit der rautenförmigen Klinge könnt ihr das Kabel entmanteln und dann ein oder mehr artige Leiter abisolieren. Mit der Klinge könnt ihr Kabel schneiden. Eine klassische Telefonzange darf natürlich auch nicht fehlen. Mit der Spitze könnt ihr kleine Drähte oder Kabel gut greifen, auch an engen Stellen. Die gezahnte Greiffläche macht es möglich, Draht oder Kabel gut zu biegen. Eine Alternative zur Telefonzange ist die Installationszange. Sie hat fünf verschiedene Funktionen. Sie kann greifen, schneiden, abisolieren, krimpen und außerdem mit dem integrierten Ringschlüssel Schrauben von M6 bis M8 zuziehen. Beim Greifen ist es durch die abgewinkelte Form besonders angenehm, dass das Handgelenk in einer natürlichen Position bleiben kann. Außerdem besonders praktisch ist die integrierte Feder, die die Zange automatisch wieder öffnet. Vielleicht ist euch während des Videos bereits aufgefallen, dass an jeder Zange Haken integriert sind. Diese könnt ihr dafür nutzen, einen Spannungsprüfer anzubringen. Damit könnt ihr einfach und schnell prüfen, ob noch Spannung auf einer Leitung ist. Durch die kompakte Bauweise geht das auch in sehr kleinen Öffnungen. Rot leuchtet, heißt dies, Achtung hier ist noch eine Spannung vorhanden. Außerdem hat er auch noch eine kleine Taschenlampe. Das waren unsere sechs Elektrozangen. Übrigens haben alle eine Titanbeschichtung als Korrosionsschutz und wir haben darauf geachtet, dass die Zangen gut in der Hand liegen. Falls euch das Video gut gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr euch das weitere Zangenvideo über unsere Wasserpumpenzangen und den Zangenschlüssel in unserem YouTube-Kanal anschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen!